HTML und CSS Mit diesem Tutorial lernen Sie die Grundlagen von HTML und CSS, damit Sie eigene Webprojekte realisieren können. Die Theorie wird erklärt. Sie werden damit sehr schnell eine solide Grundlage für die Webentwicklung erhalten. Ich werde Sie auf verschiedene Unterlagen hinweisen, sodass Sie später beliebige Bereiche vertiefen können. Die Grundidee dieses Tutorials ist, dass Sie einen Einstieg in die Webprogrammierung erhalten und dabei lernen, wie Sie sich selbstständig die Informationen beschaffen können, die Sie brauchen. Dann werden Sie in der Lage sein, immer komplexere Webprojekte zu realisieren. Was sind HTML und CSS? HTML, Hypertext Markup Language, ist für die Struktur der Webseite verantwortlich. In HTML werden zum Beispiel Überschriften, Abschnitte, Texte und Bilder definiert. CSS, Cascading Style Sheets, ist für die Formatierung und für das Layout der Webseite verantwortlich. In CSS werden zum Beispiel Farben, Schriften, Abstände und sogar Animationen definiert. Die beiden Sprachen, HTML und CSS, sind unabhängig voneinander und sollten auch in unterschiedlichen Dateien gespeichert werden. HTML gibt den Inhalt einer Webseite an, während CSS das Aussehen dieses Inhalts definiert. Webseite oder Webapplikationen Mit HTML und CSS lassen sich sehr komplexe Webseiten entwickeln. Diese Webseiten werden jedoch statisch sein, was bedeutet, dass Besucher die Seiten zwar anschauen können, aber sie können nicht damit interagieren. Um dynamische Webseiten zu programmieren, welche interaktiv sind, braucht man eine weitere Programmiersprache, wie zum Beispiel JavaScript oder Dart. Damit lassen sich ganze Webapplikationen entwickeln, wo ein Besucher zum Beispiel Berechnungen durchführen, ein Spiel spielen oder Chatfunktionen benutzen kann. Viele oder manchmal sogar die Mehrheit der Zugriffe auf Webseiten erfolgen heute über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets. Deshalb ist es zentral, dass eine Webseite auf dem kleinen Bildschirm von mobilen Geräten gut angezeigt wird. Auch wenn wir später interaktive Webapplikationen entwickeln, sollten wir dafür sorgen, dass diese auf mobilen Geräten laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.